Hi, willkommen zurück zu Dawn of Defiance mit Carmo Pixel. Lehn euch zurück und genießt die Aussicht. Es ist eine verregnete Nacht. Wir kommen zurück nach einem anstrengenden Arbeitstag auf der Insel der Herausforderungen der Götter. Und ja, jetzt ist keine Pause, kein Durchschnaufen angesagt, sondern weitermachen. Wir haben so viel erreicht und es wird jetzt noch mehr werden. Was mir auch mal aufgefallen ist, jetzt so zum allerersten Mal irgendwie bewusst, dass hier ja mehrere Portale sind. Das, wo wir hergekommen sind von unserer Ankunftsinsel, die Insel der Ankunft und noch andere Portale. Vielleicht sind das auch einfach nur die Abkürzungen in diese Gebiete hier. Also das Portal, das wir hier oben entdeckt haben, wird höchstwahrscheinlich eins dieser Portale sein. So, wir haben jede Menge Sachen, die wir für Aches erledigt haben. Ja, also wir opfern oder wir übergeben ihm jetzt die drei Sterne Bugs, die wir alle haben. Es sind fünf Stück. Jetzt sind wir schon bei sechs. Das ist ja, also in der letzten Zeit sind wir gut weitergekommen. Er braucht Kupfer, Erz und Stint-Erz. Ich habe ein bisschen Kupfererz dabei, das gebe ich ihm schon mal. Sammeln. Hard Resin, Dark Resin haben wir nichts dabei. Combat haben wir sogar fertig. Wir haben die Lost Abandoned and Betrayed Aggressors besiegt. Das heißt, wir können hier mal 750 Goldmünzen einsammeln. Dann gibt es direkt die nächste. Stick out the soldiers and kill them. It matters not whom they serve. You will be rewarded. Hätten wir viel früher annehmen sollen, weil wir haben ja den ein oder anderen Soldier schon gekillt. Building. Guck mal, das ist immer noch gelb. Im Sinne von, und hier ausgefüllt, als wäre es abgehackt, steht aber immer noch 0 von 1. Greater Smelter, Artisan Bench, Stonecutter. Das müssen wir bei ihm kaufen, glaube ich. Guck mal, hier ist sogar noch ein besserer Bogen, den wir kaufen können. Und auch noch ein besseres Schild, Speer, Schwert. Voyager Scout Bracers Reside. Ein Armory Station Reside that enables Armour Crafting. Scout ist das vielleicht auf... Guck mal, hier ist Scout Cures Cloaked Reside. Das sieht so ein bisschen leichter aus. Vielleicht ist das ja für den Bogenschützen gedacht. Hier ist das Rezept für den Bronze Barren. Porch Station Reciped that enables Bronze Ingets. Bronze ist Kupfer und Zinn gemischt. Sollten wir erstmal unsere Pickaxe aufwerten. Ah ja, Arrow. Hammer. Alchemie Station. Da müssen wir also noch erst was machen. So, Artisan Bench, Construction Recept that enables Equipment Customization. So, das heißt, wir können unsere Ausrüstung nochmal individualisieren oder so. Kostet 3000 Münzen. Die müssen wir aber auch für diese eine Building Quest kaufen und freischalten. Inner Chambers Reside. Unproper Silver Knight. Das sind hier alles, glaube ich. Holy Name. Unlocks a Tint Ball. At the Artisan Bench. Tint Ball. Ist wahrscheinlich... ...ne Färbung, ein Skin oder sowas. Forged Hammer. Armory Recept that enables Stone Tier Construction. Oh, das müssen wir unbedingt machen. Dann können wir endlich einen Steintempel bauen. Ich finde unser Holzhaus natürlich super schön. Kostet 5000 Goldmünzen. Und hier ist der Greater Smelter. Den müssen wir natürlich auch machen. Smelting Iron Ore. Das brauchen wir natürlich auch. Und Request Forged Hammer. Das heißt, der wird als erstes benötigt. Wahrscheinlich brauchen wir für den aber auch mal die anderen Materialien wie Eisen etc. Und dafür brauchen wir die bessere Pickaxe. Also das wird unsere... Wie soll ich sagen? Das wird unser Weg werden. Das wird unser Weg werden. Wir kommen nach Hause. Ab wann gehen denn die Lichter an? Warum sind sie denn jetzt nicht zu sehen? Warum sind die nicht an? Warum sind die Lichter aus? Ah, jetzt. Da gehen sie an. Schade. Bisschen weiter weg wäre schon schön. Aber guck mal bitte, wie gemütlich das aussieht. Bis auf das Dach. Bis auf das Dach. Aber da kann man halt noch was zimmern. Da kann man noch was zimmern. So. Als allererstes will ich mal sehen. Guck mal hier. Wir könnten auch viel mehr in den Campen mit sowas arbeiten. Sprintportionen. Also ein Sprintboost für drei Minuten. Oder hier unsere Rüstung und Reduced Damage für fünf Minuten. Da brauchen wir halt Fett. Fünf Fett brauchen wir dafür. Also bevor ich nicht alle Fackeln am Haus angebracht habe, fällt der eh raus. Hier Rabbit Dingens und Yarrow. Das ist natürlich super einfach. Das machen wir auch einfach direkt mal. Ne, das ist Kotten. Ich habe gar keinen Yarrow. Ich habe viel zu wenig Yarrow dabei. Lass mal hier ein bisschen Unkraut plücken. Äh, warte. Wo war ich? Da. Woodsman. Increased Chop Damage für drei Minuten. Um Holz zu besorgen. Das können wir uns mitnehmen. Mache ich mal. Ich mache das. Rabbit Ding und Spartium. Ah, guck mal. Spartium brauchen wir da. So, dann nehme ich mal zwei mit davon. Haben wir jetzt. Wenn wir das Darkwood holen. Die waren für die Aufgaben drüben. Rope, Simple Shield, Paintbrush ist wo nochmal. Enables Painting of Constructed Buildings when selected on the Hotbar. Probiere ich mal aus. Inventory ist full. So, dann legen wir mal ab, was wir hier haben. Das Fetch tun wir da hin. Das schmeißen wir weg. Das ist Softwood. Kommt daneben. Das ist Fetch. Schmeißen wir weg. Stein kommt da drauf. Ähm. Lederstreifen und Dingensstreifen. Ähm. Bretter. Seil. Lindt. Lindt hatte ich auch hier. Resin. Macht eigentlich Sinn, wenn wir das beides da rein tun. Und nicht aufteilen. Federn kommen hier dazu. Ähm. Die Sachen wollte ich noch herstellen. Die ausgestoppten. Und dann erst den Rest auseinander nehmen. So, das ist. Artyom tun wir hier rein. Ja, das kommt da rein. Yerro kommt da rein. Muss ich einfach noch sammeln mehr. Fett kriegen wir gleich. Fleisch auch. Äh. Ich hab so viel Fleisch. Ich muss. Ich muss Fleisch produzieren. Ich muss gleichzeitig hier wieder alles ansetzen. Ne. Es ist. Es ist aufwendig. So. Hier ein bisschen Unkraut sammeln. Ja. Sieht ja aus hier. In jeder Ecke wächst hier Unkraut. Gib mal das Fleisch her. Äh. Wut haben wir nix mehr. Das können wir. Äh. Haben wir noch Kupfererz. Das ist Ton. Kupfererz haben wir noch. Können wir also reinschmeißen. Zehn Stück. Rest packe ich mal dazu. Weil wir brauchen das ja noch für Bronze. Das kommt da rein. Ton kommt da drauf. Dann hier mal ein. Miet nehmen. Ähm. Raw Miet hin. Gut. Hier mach ich mal auf. Das sieht einfach schöner aus. Hier sollten wir eigentlich genau die. D-Lan entnehmen können. Das ist schon wieder fertig. Das geht super schnell. Dann einmal das. Können wir hier die. Bögel noch mal flittern. So. Rümpf. Sehr gut. Gefällt mir gut die Terrasse. Was wir da gebaut haben. Sieht echt gemütlich einladend aus. So. Das kommt da hin. Yarrow kommt da hin. Die Münzen packen wir mal da rein. Da sind wir jetzt bei 4.900. Bau packen wir mal da rein. Ah. Apropos Staub. Auf dem Weg hier hin habe ich wohl durch Zufall noch so einen. Ähm. So einen Krug gefunden. Den man anzünden oder entzünden kann. Als ich den entzündet habe. Hat es mir gesagt. Das Spiel mir gesagt. Ich hätte jetzt alle. Ähm. Alle entzündet. Keine Ahnung. Ob das wirklich stimmt. So. Was habe ich jetzt gerade gesagt. Was ich machen will. Einfach nur Fleisch verarbeiten. Jetzt gehe ich mal. Ähm. Auf den Hammer. Benutze den mal. Und gucke mal. Was ich brauche. Für die dekorativen Bücher hier. Ja. Kupfernägel. Und das Holz. So. Kupfernägel ist hier. Sind hier drin. Und Bretter. Haben wir hier hinten drin. Ne. Bretter haben wir hier drin. So. Jetzt sollte ich die. Dinger bauen können. Die ausgestoppten Tiere. Obwohl ich nicht so ein Fan davon bin. Ne. Bin ich das aber hier fürs Spiel halt. Drei Starbuck haben wir ja. Gedingst hier. Diesen Wolf. Drei Sterne Wolf. Na los. Geh mal hoch. Und platzieren wir hier. vor dem Fenster. Jo. Guck mal. Das kommt doch gut. Das kommt doch gut. Vielleicht noch die ein oder andere Vase daneben. Ein bisschen. Bisschen Ton holen hier. Man muss auch was fürs Auge machen. Man muss auch was fürs Auge machen. Wir können hier nicht nur durchrattern in dem Spiel. Man muss auch was fürs Auge machen. Fünf. Bitte eine Medium Karaffe. Und zwar welche. Ne. Vielleicht doch die. Warte mal. Welche gibt es denn groß noch? Welche haben wir noch nicht? So eine Schale. Eine Schmale. So ein hohes. Dünnes. Das nicht. Ne. Die sieht ganz gut aus. So. So. Und so. Ne. Warum nicht? So. Dann könnten wir theoretisch hier vor das Fenster. Entweder noch ein Wolf. Oder das Schwein stellen. Wo ich das Schwein. Ach komm. Warum nicht? Und dann auch die. Diese. Waren das? Ja. So. Haben wir die ausgestopften Tiere auch gebaut. Sieht ja ganz nett aus. Warte. Fleisch. Fleisch muss weiterlaufen. Die Produktion muss hier weitergehen. Die kommen da rein. Packen wir das mal wieder zurück. Keine Ahnung was wir noch brauchen. Die restlichen Viecher. Verlegen wir jetzt. Oder? Die zerlegen wir jetzt. So. Die kann er zerlegen. Paintbrush. Den kann er jetzt aufnehmen. So. Zeig mal her. Ich bin ja echt gespannt. Was jetzt mit dem Paintbrush ist. Wo ist er denn da? Machen wir mal auf die 5. 5. So. Was können wir jetzt damit anmalen? Paint. Ähm. Was hat er gesagt? Wo stand's denn jetzt? Was können wir denn anmalen damit? Was können wir denn anmalen damit? Ah. Da hat er es angemalt. Ne. Damit. Da. Color Menü. Rechts. Oh. Was? Weiß. Oh. 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 Okay. Äh. Und warum nur so. Warum denn so quietschbunte Farben? Keine Farbe ist. Ist schwarz. Na toll. Wo ist denn das Braun was ich hatte? Guck mal so ein dunkles Braun können wir auch machen. Aber dann ist es hier viel zu dunkel drin. Das wäre ein bisschen heller. Ah ja ja. Jetzt haben wir es angemalt. Und dann nicht wieder diese typische Holzfarbe her. Obwohl ich die eigentlich total toll fand. Kann ich das auch wieder? Warte mal. Stand doch irgendwo. Stand doch gerade eben die. Also wenn ich den auswähle. Copy Color. Ne. Macht er nicht. Hier. Ich copy die Color von da. Und mal das dahin. Dann ist es trotzdem schwarz. Äh. Okay. Warte mal. Ey. Rot sieht auch nicht gut aus. Das sieht fast aus wie normales Holz. Und grün. Gelb. Blau. Ach du scheiße. Quietschbunt. Orange. Ne. Das ist ja nichts. Au. Das ist mir zu trist irgendwie. Das ist mir viel zu trist. Dunkel. Und wenn ich hier auf nichts mache. Macht das schwarz. Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Wenn es jetzt verpackt ist. So ein rosa Ding auch nicht. Dunkles Braun. immer einfach so dunkles braun. Das sieht noch am natürlichsten aus. so. So. Die Treppe auch. Das geht ja noch. Wir haben einfach das Fundament dunkel. Das ist überhaupt nicht schlimm. Und es geht auch super einfach. Und dann auch das anmalen. Ohne dass er da irgendwie speziell was braucht. Guck mal. Und man sieht auch in diesen zweifarbigen jetzt so das Fundament. So dunkel sieht es gar nicht schlecht aus. ne. So sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Ne. Wie wär's denn. Wenn wir hier oben noch irgendwas in diesem Akzent machen. Aber. Bedenke. Es ist nicht mehr rückgängig zu machen. So. Wie wär's denn mit dem. Geländer. Das macht auf jeden Fall schon mal einen schönen Kontrast. Auch das. Treppen Geländer. Na. Die went da irgendwie nicht so gut an. Ja. So. Das ist gut. Machen wir die Treppe auch noch dunkel. Ja. Schön. Aber ist so was. Dann machen wir hier den Boden auch dunkel. Wie immer wie er den Pinsel schwingt. Daher kommt die Bezeichnung Pinsel schwingen. Gut. So. Ja. Hübsch. Alles klar. Haben wir das auch mal ausprobiert. Haben wir das auch mal ausprobiert. Keine Ahnung. Wofür man also wirklich klatschrot, klatschbunt oder was gebrauchen kann. Also ich hätte da mir so ein bisschen mehr natürlichere Farben irgendwie gewünscht. Aber nun gut. Halb so wild. Das reintun. Das mitnehmen. Pinsel weg. Hammer rein. Tiere zerlegen. Tiere zerlegen. Und weiter die Sachen hier. Knochen müssen wir uns 50 mitnehmen für das Dingens auch. Für das Portal. Ich zerlege erst alle Tiere, bevor ich die Sachen hinterlege. Dann brauchen wir Flint auch, weil wir neue Flint-Pfeile machen. Wahrscheinlich brauchen wir da wieder Software für. Viel zu wenig. Muss ich auch holen. Kann sein, dass wir Federn brauchen. Hier gibt es Thronen. Da brauche ich nicht unbedingt Nachschub kommen. Auf jeden Fall mal Federnachschub. Ein bisschen Holz. Und hier noch. Dann noch einmal einen oder anderen großen Baum. Es ist gut, dass wir hier auch so viel Federzuwachs Nachschub haben. So, ein großer Baum noch. Eigentlich ist es so, wie ich darüber nachdenke. Und je länger ich hier bin, an dem Spot, bin ich dem genau wichtig für unser Lager. Hartz noch mitnehmen. Und wir schwimmen. Gibt es hier vielleicht Muscheln? Ja, hier gibt es hier gar nichts. Da ist irgendwas, aber er kommt da nicht ran. Kann man denn tauchen oder so? Gibt es das? Tauchen? Oh, er kann ja ausdauen mehr. Dann ersäuft er tatsächlich. Das sind keine Muscheln, oder? Das ist ein Stone-Zeug. Stone und Flint. Keine Ahnung, wo wir die Muscheln herkriegen. Oh, ne, jetzt habe ich da Holz hinzugefügt. Äh, wo machen wir den Flint nochmal? Hier, oder? Ja. So, haben wir wieder ein paar Flint. Sind sie? 160, das ist gut. Das reicht erstmal. So, Tiere auseinander nehmen. Ein bisschen gemütlicher jetzt diese Folge. Bisschen, ähm... Bisschen weniger Action, bisschen weniger Sterben vor allem. Ich muss auch noch meine Rezepte, die wir unterwegs gefunden haben, gleich überprüfen. Und auch noch einmal rein. Unsere Armor Station. Armor. Hier, Centurion. Das ist Soldat. Scout können wir noch, äh, freischalten. Und hier Centurion. 255. Und die Voyager 170. Also, das macht schon einen krassen Unterschied. Heavy Armor that is equipped to the torso. Oh, Stamina Regen minus 5. Ach, macht die das auch? Die macht minus Ausdaueregeneration. Nicht plus. Minus macht die. Und vielleicht macht die Scout das besser, ne? Aber das macht halt übelst viel Rüstung. Und es sieht halt übelst geil aus, ne? Minus 5 Stamina Regen. Warte mal bei den Skills gucken. Athletic. Das kostet halt einfach nur weniger. Das ist beim nächsten Level. Ähm. Aber es gibt ja nichts, was generell die Ausdaueregeneration verbessert, ne? Da muss man halt mit umgehen können. So. Die können wir halt aus Zinn bauen. Oder aus Kupfer. Also, entweder wir bleiben in diesem... In diesem Gold-Stil. Bronze, Stahl, Ambrosia. Ambrosia Barren. Und Stahlbarren. Das ist... Keine Ambrosia Barren herstellt. Guck mal, wie viel Rüstung die dann gibt, alter. Übel. Und die gibt 300. Also sollten wir auf jeden Fall Zinn herstellen. Aber wir müssen... Ja, ich bin schon wieder viel zu weit. Ähm... Ja. Wunderbar. Wunderbar. Wo waren nochmal... Wo waren nochmal unser Ersatz drinne? Hier in der Staubbox, ne? Hier drinne war unser Ersatz. So, dann kann die Picke da rein. Und die tolle haben wir jetzt. Der Boden kann auch da rein. Die kommt dann da hin. Das kommt da hin. Wunderbar. Oh, wunderbar. Das kommt da rein. Wind Arrows haben wir hergestellt. Das Holz... Ähm... Wird gelagert. Die Bretter sind auch gelagert. Die Streifen werden gelagert. Arzt wird gelagert. Und noch mehr Tiere auseinandernehmen. So, dann können wir auch die anderen Materialien endlich abbauen. Das macht natürlich super Vorteil. Guck mal, hier haben wir diese Woodsmen. Packen wir jetzt hier auf die zweite. Was ist das denn? Raw Wolf Heart. Used on the Cooking Spit to make food. Ein seltenes Wolfsherz. Okay, bin gespannt, was das ändert. Ob das ganz normal... Das macht ja Increased Max Health and Stamina bei 30. Vielleicht macht das mehr. Noch mehr. So, Tiere sind zerlegt. Dann können wir jetzt... Ähm... Platzieren. Hier. So viel Fleisch, ne? Raw. 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 Keine Ahnung, ob das sich irgendwie unterscheidet. Leder packen wir hier rein. Felle tun wir hier rein. Äh... Das Zeug kommt hier rein. Federn. Normale Federn kommen hier rein. Knochen. Tollen Federn. Fetch kommt woanders hin. Hier die, ähm... Eingeweide. Das Fett. Hier haben wir noch Wolf Blood. Use for crafting and construction. Recipes. Okay. Wolfs Blut. Das ist ein... Das ist ein... Ähm... Eine Komponente. Ne? Wahrscheinlich für den Alchemie-Dings. Nicht zum Trinken. So. Dann... Den Pinsel muss ich nicht mit rumschleppen. Den packe ich hier rein. Rest Flintstone kommt da rein. Fetch kommt hier rein. Reparatur brauchen wir. Und das Meat will ich einmal gucken, wenn wir das hier herstellen. Benutzen. Das Herz. Ob da was passiert. Das Herz hat er jetzt hinzugefügt. Gucken, wenn das fertig ist, was das gibt. Tränke herstellen. So. Jetzt könnten wir uns theoretisch den Forged Hammer, ähm... Dingens besorgen. So. Das Herz macht was. 60. Increased by 60. Okay. Das macht Sinn. Das wird das herstellen. Ähm. Der Forged Hammer macht aber Stein. Ich weiß nicht, ob er noch mehr macht. Ich gucke mal bei Quests, was wir jetzt brauchen. Äh. Apollo-Schrein gucken wir mal vorbei. Hier steht zwar erst 9 von 15, aber er hat gesagt, ich hätte alle entzündet. Also gehen wir mal gucken. Hera-Pom-Grenades und Seashades wissen wir noch nicht. Die Purple Whisk ist auch nicht, was es ist. Äh, die Artisan-Bench müssen wir uns kaufen. Stone Cutter werden wir wahrscheinlich mit dem besseren Hammer herstellen können. Greater Smelter müssen wir kaufen. Teuer. Soldaten machen wir unterwegs. Ähm. Das wird eine Aufgabe sein, in den Dark Wood, Dark Forest und uns die Sachen holen. Das machen wir nebenbei, die, die drei Sterne Bugs. Slim Erz können wir jetzt mit dem Zeug holen. Also ich warte auf das Fleisch. Und dann ziehen wir los. Eins danach noch. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob wir in den Apollo schreien dürfen. Ähm. Ne? Wo ist eins noch? Wenn wir in den Apollo schreien dürfen. Wir können jetzt endlich die anderen Erze abbauen unterwegs. Das macht Sinn. So. Jetzt haben wir davon genügend. Wir sollten noch, äh, äh, Reparatursachen herstellen. Und die sind ganz einfach aus Harz und Flax. Das repairt 100 Punkte. Harz und Flax. Und die große macht 400 Punkte. Kupferwaren, Leder, auch Harz. Also da ist pro Harz. Klar brauchen wir dann Kupferwaren. Aber Kupfer gibt es unendlich fast, ne? Bauen wir das Harz hier. Irgendwelche Streifen, hat er gesagt, braucht er. Was war das noch? Ah ja, ich musste hier einmal dran. Ich Idiot, um alles zu reparieren, ne? Da kann ich herstellen, jo. Ich nehme mal drei von denen mit. Hier, die drei Reparatursachen. Ne, da kommt es Harz nicht rein, das kommt hier hinten rein. Ja, die da rein. So, wir sind fertig. Äh, Apollo ist hier oben direkt. Da oben. Gehen wir mal gucken. Das hatte ich immer auf der 6. Stamina-Trank. Ich habe keinen Stamina-Trank mehr. Den sollten und könnten wir ja relativ einfach herstellen, weil... Ich glaube, Jarrett brauchen wir. Und die schwarzen Beeren. Die schwarzen Beeren haben wir. Hier, das ist doch auch Jarrett. Nee, es ist Poppen. Ein bisschen. Das ist Jarrett. Ein paar von den Stamina-Tranken brauchen wir schon. Die sind auf jeden Fall nützlich zwischendurch. So, hier, schwupps, schwupps. So, haben wir wenigstens 5 Stück. Ne, das ist... Ist schon mal etwas. Fetsch immer. Überall holt man Fetsch. Ne, kann man das nicht als irgendein Zunder gebrauchen oder sowas, ne? Drogen raus. Wir sind der Drogenmeister. Dann können wir da oben... Äh, wofür brauche ich Jarrett noch? Irgendwas hatte ich jetzt im Kopf, wofür ich Jarrett noch brauche. Das habe ich einfach unterwegs mal einsammelt. Da oben können wir noch Soldaten töten. Für die Combat Quest. Da liegen noch Federn rum. So, nehmen wir mit. Vielleicht haben wir auch irgendwo hier im südlichen Teil, den haben wir eigentlich noch nicht so strukturiert abgegrast, wie jetzt den Norden. Noch irgendwo ein paar Fragezeichen. Auf jeden Fall ja noch Nachtkisten, Nachtruhen. So, warum, äh, kompliziert machen? So, warum, äh, kompliziert machen? Ja, das sind die Holzbeile. Der hat die halt jetzt ausgerüstet noch. Ist ja nicht schlimm. Verbrauchen wir die halt. Oh! Ist ja hinter dem Baum gespawnt, ne? Da stehst du blöd. Da stehst du blöd. Da siehst du eh nix. Oh, oh, guck mal, der ist hier hoch. Katsache, äh, darf, er kann hier hoch. Gut zu wissen, ne? Gut zu wissen, dass er hoch kann. Leder. Heiztrips. So, also der, der Opfer, äh, Trog ist weg. Ja, nee. Locked Shrine. Der, hier gab's gar keinen Opfer-Trog, ne? Wo wir nicht wussten, was wir machen sollten. Okay, also es sind tatsächlich noch, es fehlen tatsächlich noch sechs Stück. West, äh, Apollo, ne? Sechs Stück fehlen noch. Uh, sechs Stück ist nicht ohne. Zählt das jetzt bei Combat hier? Hier, warte. Als Soldaten zählt. Sonst, was dieser Dingens, äh, ist, ne? Dieser fliegende Typ, der zählt auch nicht. Da unten ist Kupfer. Lass mal sehen. Die, die Wüste bleibt uns natürlich auch, ne? Also, ich geh jetzt hier in einem Bogen nochmal hoch. Ich weiß nicht, ob ich die entzündet hab. Ich kann mir gut vorstellen, ob auf dem Gebiet noch mehr sind. Hier müssen auch noch Schreine sein. Da hatten wir aber keinen Staub mit, ne? Da hatten wir aber keinen Staub mit. Also, was hab ich gesagt? In einem Rechtsbogen. In einem Rechtsbogen. Wir haben... Warte mal, was ist das hier für eine Axt? Das ist die Forged. Wir brauchen eine Iron-Dingens für den Dark. Irgendwas, ne? Kann das sein? Hartmut können wir damit abholzen. Aber wir brauchten irgendeine andere Axt noch, ne? Wie kriegen wir das Rezept von dieser anderen Axt denn her? Hartwood, das macht Hartresin. Und von Hartresin haben wir ja schon eine Menge, oder? Hier, die Resin hat er da rausgeholt. Okay, das ist nicht wenig. Ich kann ja mal ein Tränkchen hier nehmen. Gluck, 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 gluck. Ja, so, das ist natürlich jetzt nicht unsere Primär-Mission. Ich weiß nicht mehr, wofür ich das auch noch braucht will. Ach so, ich glaube, für diese Tränke, die wir da machen können, ne? Sprint-Trank und, äh, was war das noch? Und dieser Armortank, ne, der Armortank war, glaube ich, äh, da brauchten auch Fett, ne? Und da habe ich gesagt, ne, das Fett, das lassen wir erst mal. So, guck mal, hier sind wir relativ nah jetzt schon am Strand. Wenn jetzt hier was wäre, die Kiste haben wir schon gelootet, ist eine Tageskiste. Müsste eigentlich schon gelootet sein. Guck mal, da ist Norden 290. Haben wir den schon entzündet? Markiert er die auf der Karte direkt, wenn wir sie finden, oder werden die auf der Karte nur markiert, wenn sie entzündet sind? Das weiß ich nicht. Und damit ich mich nicht tot suche, muss ich den, muss ich mir sicher sein, dass ich den entzündet habe, ne? Also ich muss den jetzt nochmal besuchen. Ich weiß, ob wir, genau wie jetzt, ich trottel, keinen Staub dabei habt. Aber er ist entzündet, ne? Er ist entzündet. Ich vollidiot. Also ohne Staub, ja, nix los hier. Ohne Moos nix los. Okay, ich gebe mich nach Hause, ähm, hole den Staub. Wir müssen Staub immer dabei haben. Es bringt nix, ohne rumzulaufen. Und dann finden wir die Dinger. Und können die nicht entzünden, ne? Das macht einfach absolut keinen Sinn. Vielleicht können wir, ähm, vielleicht stelle ich dann auch den ein oder anderen Spindtrank noch her. Flachs und Jero war das oder sowas? Ne, dieses, äh, diese Hasenpfote. Ähm. Und dann, ähm, sind wir vielleicht auch einfach nochmal schneller unterwegs, ne? Über die Insel. Wenn wir mal quer über die Insel laufen wollen, ne? Sind wir dann schneller unterwegs. Na gut, alles klar. Gemütliche Folge. Da hinterm Hügel ist mein Haus. Da ist es. Ähm. Gemütliche Folge. Ein paar Vorbereitungen. Äh, Verwertungen. Und Aufräumaktionen. Wir sehen uns wieder. Auf dem Weg. Ins Inland. Mit Staub im Gepäck. Alles andere macht keinen Sinn. Danke fürs Zusehen. Und bis bald. Danke fürs Zusehen. 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 Vielen Dank.